Hallihallo und damit auch ein herzliches Willkommen Leute! Wir sind gerade aktuell im Clan-Krieg, die Gegner führen mit einem Stern, wir greifen jetzt da, also der Barbarian greift jetzt an, ich habe noch meine beiden Angriffe, wir werden schauen was noch so möglich ist, bei ihm schaut es gar nicht so schlecht aus, diesen einen Zauber habe ich nicht, der kann den E-Drachen unsichtbar machen, ok, gar nicht so un-op, sag ich mal wie es ist, er hat halt seine Helden, er ist halt, Leute ich sag's am besten gleich so, ich sag's wie es ist, er ist einfach Rathos-13er, komplett gerusht da, er hat nur E-Drachen, Loons und ein bisschen was anderes noch so gemaxed, das ist ziemlich OP bei Rathos-13, vor allem die Werkstattdinger kann er spenden, was sehr OP ist, ziemlich gemaxed und alle halt davon, weil er Rathos 13 ist, und bei ihm schaut's gar nicht so schlecht aus, das Rathos hat er sich auch gesnickt, seine Queen hat er schon gezündet, ok, aber es ist noch ein Bogenschützentrum und ein Inferneturm, der auf mehrfach ist übrig, also, ok, ja ok, die spielen, die greifen sich gegenseitig an, man kennt's, so, also, geschafft das, ja, die Minen sind nicht mehr so viele da passt, ja, sollte er schaffen, der obere E-Drache, der untere sollte, ja, ok, ja, ok, ja, ja, das hat er safe, mega nice, 3 Sterne, das heißt, sie haben 30 zu 29 geführt, ähm, jetzt steht es, äh, 32 zu 30, ja, und, nice, schauen noch zu, wie er finished, perfekt, 3 Sterne, mega nice, GG, und jetzt bin ich dran, würde ich sagen, 32 zu 30, ähm, ich probiere gleich mal die Nummer 1, sie ist halt, also, die ist schon, ähm, Rathos 11 maxed, also, mit den Mauen und so ist, der hat halt einen dritten Entfernung, also, ich glaube, der ist Rathos 11 fast maxed, nein, die Bogetürme und so, also, ich weiß nicht, das ist schwer, er hat halt Rathos 12 das maxed, also, mit der Gigatesl und so, das wird schwer werden, also, ich gehe auf 2 Sterne, ich sage es, wie es ist, let's go, ähm, ich bin gespannt, was ich da so reißen werde, meine Helden sind halt low und ich bin selber auch gewascht, zeige ich, wie es ist, aber, ja, was wir tun, E-Drachen sind halt das, der maxed, so, CB-Truppen sind auch geil da, ich muss das links, äh, und rechts am Rand schön wegmachen, dass die E-Drachen da oben rein können, perfekt, so, den Zeppelin, ich weiß gar nicht, wie der heißt, auf jeden Fall OP ist er, ähm, maxed halt, so, ja, Wood-Zauber schön rein, ich werde dann beim Rathos, ach, hm, ich muss halt da auf 2 Sterne gehen, das heißt 50%, ja, das ist am easy, so, let's go, mein Warden wäre wichtig, wenn ich den dann, den muss ich auch hochbringen, der wäre auch wichtig, da schön Level 20 geworden, reinzünden und dann alle schön healen, brauche ich kein Heal-Zauber oder so, ja, mega nice, wenn das Rathos noch bekommen, 50%, was will man mehr, 2 Sterne bei der Nummer 1, wir gehen noch auf die Prozente, wir schauen, was dann noch so möglich ist, so, da können wir das setzen, wir haben halt noch einen Zauber, ich habe nicht verbracht, den Wood-Zauber habe ich nicht verbracht, eh, nein, den hätte ich gleich früher verbraucht, nein, ich weiß nicht, 3 Sterne ist das so ziemlich unmöglich, glaube ich, also, ja, mit den Helden halt, obwohl, wenn ich Loons maxed hätte und so, und meine Helden auch schon, die kann ich auch auf Level 60 plus machen, glaube ich, 60, 65, mit Warden auf 30 und Wood-Zauber auf 6, dann könnte ich es wirklich mit einem guten Angriff schaffen zu drehen, wir schauen, was da jetzt noch so möglich ist, 2 Sterne haben wir safe, mehr brauche ich nicht, wir gehen nur auf die Prozente noch, ja, mega nice, okay, dann würde ich sagen, schafft der, ähm, gute King noch etwas, ja, Magierturm, oh, okay, die Bombe, und, nein, hey, wie viel Pech, war schon beim Ausholen, ja, dann würde ich sagen, der Warden holt das noch schnell weg, und dort oben haben wir da noch was, also paar Prozente können wir uns sogar noch holen, mega nice, aber ich würde sagen, äh, das will ich euch jetzt nicht antun, wir machen da einen Cut, so, Leute, 72% waren es, ähm, mega nice bei der Nummer 1, jetzt ist der Barbarin wieder dran, ich habe mir die Maus gemacht, wir tun abwechselnd angreifen, unsere Angriffe vom Schluss aufgehoben, und, ja, kommt gerne in unseren Clan rein, wir sind wirklich sehr stark bei Clan kriegen und so, und jetzt beginnt auch bald wieder der CW, und, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich habe vergessen, dass ich meine Helden, äh, ja, auch brauche, für einen Angriff, eigentlich, und haben mir deswegen ein paar Büsche abgefarmt, damit ich ein bisschen Schub machen kann für die Queen, weil die Queen braucht auf jeden Fall mit King, ja, wäre auch schön, also sicherzahlbar, aber es ist halt auch ein Rathaus 11er und sein Dorf ist auch nicht gerade so OP, Barbarin greift schon an, wir schauen seinen Angriff auch, okay, Einstein hat auch schon safe, glaube ich, ja, hat er schon safe, Rathaus wäre wichtig, Rathaus wäre wichtig, ja, das sollte auch, Luftabwehr klingt nicht hin, hat er auch zerstört, Queen hat er auch noch mit Zündung, Wutzauber hat er noch, ja, Erz Rathaus, mega nice, also Wutzauber kann er noch setzen, den setzt er dann unten hin, könnte sich ein Dreier ausgehen, also der Infernetum wäre jetzt extremst wichtig gewesen, wäre der Infernetum weg und täte den Wutz, okay, er bläst ihn jetzt schon, okay, das kann man vergessen, aber ja, das, das, wenn der, da safe noch da zwei, drei Minen und Infernetum, wäre der Infernetum mitgenommen worden und hätte den Wutzauer schlauer geplaced, dann wären sich vielleicht drei ausgegangen, aber, ja, es hat keine Minen, doch, okay, ja, aber wer weiß, ob da noch welche gewesen wären, also guter Angriff, GG, zwei Sterne, mega nice, eh, also bei dem Dorf, nice, so, er steht 35 zu 30, das heißt jetzt, mein Angriff ist jetzt der letzte Angriff, was ich jetzt weiß, ich greife jetzt am Schluss an, äh, Queen geht sich aus, das schreiben wir mal, ähm, ja, wie gesagt, ein paar Gems noch von den Büschen rausbekommen, deswegen, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, so, Leute, wir greifen jetzt an, die vier Gems zum Finischen und die fünf Gems für den Schub sind sich noch ausgegangen, also jetzt, das sollte easy clap sein, auch ohne King, also ihr werdet gleich sein Dorf sehen, das ist jetzt, äh, nicht gewascht oder so, aber, schaut euch mal sein Dorf an, so, Truppen habe ich eh so weit, fix alle, äh, halbwegs, ähm, und, ja, schaut euch das Dorf an, also, das ist offen für E-Drachen, keine Ahnung was, also, was der sich dabei gedacht hat, die Luftabwehr ist einmal 4-3 weg, ähm, und alles nebeneinander, so, dass die E-Drachen immer fünf Gebäude oder so treffen mit Wut, also, dann nur ein Hit, oh, nice, perfekt, haben wir schon gleich vier zu, let's go, so, wir holen uns das einmal weg mit der Queen, das, ja, die E-Drache, die dir eigentlich erst am Schluss kommen oder so, aber, der nervt einen am Schluss, weil ich will von oben angreifen, holen wir einfach mit der Queen weg, ähm, One-Shot werde ich eh nicht, ja, perfekt, geht sich aus, ziehen wir mal, ähm, die Luns, setzen wir mal da die Luftabwehr weg ist, die E-Drachen, oh, der obere geht nicht auf die Luft, doch, nein, nicht, und dann noch die Mine, egal, geht schon rein, linke Seite besser gebläst, so, wenn der jetzt, also, der hat ja gar keine Chance mit dem Dorf, schau dich an, was alles weggeht mit, boah, wie viel, wie viel Gebäude ich einfach mit einem E-Drachen mit Wut wegholen kann, also, Level 3 E-Drache ist schon mega OP, schau dich das jetzt an, links, und, oh, mega, also, alles schön weg, es leben, glaube ich, noch fast alle E-Drachen, zwei sind jetzt gestorben insgesamt, glaube ich, äh, Lul, easy, klebt, nicht mal die Queen hätte ich, glaube ich, gebraucht, also, damit haben wir den Clankrieg mit Abstand sogar gewonnen, ähm, unten wären noch ein, zwei Sterne, glaube ich, gegangen, wir haben noch dann gleich den nächsten Clankrieg, also, wie gesagt, Leute, kommt gerne in den Clan, jetzt beginnen bald die Clanspiele und die Clankriegs liegen, eh, und ich werde gleich mit dem Gold das Rathos machen, das Rathos, oder, ach, ja, machen wir auf, machen wir, machen wir, let's go, eh, und dann würde ich sagen, Leute, wir machen jetzt die Queen noch auf Level 40, na, es geht sich aus, und, ja, haut rein, ciao, ciao.